Hey, da war was im Gebüsch. So wieder das blöde Vieh. Nein, da ist jemand im Gebüsch. Kratsch. Doch, geh nachsehen. Ich? Ja klar, du bist mein Aufpasser. Oder hast du Angst? Hey, du! Stehen bleiben! Hey! Was machst du denn hier? Äh, ich... Hallo, ich musste mal. Krass. Was ist das denn? Warum schleppst du den Kompass-Routier mit? Kennst du dich ja doch aus. Zeig mal. Nein, das ist ein ganz altes Ding. Tschüss. Hey! Hä? Bist du auf der Flucht, oder was? Der war total nervös. Ja, vielleicht wegen dem Kompass. Aber warum? Was ist das für ein Kompass? Weiß ich nicht. Ich hab den auch noch nie gesehen. Lass uns gehen. Magda wartet schon.